Willkommen auf dem Kanal die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über das Bosch KIR 81AFE 0 Kühlschrank sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Obst und Gemüse bleibt länger frisch. Das frische System VitaFresh bietet dank der Temperaturkontrolle die idealen Lagerbedingungen für alle frischen Lebensmittel. Fisch und Fleisch bleiben bei einer Temperatur nahe 0 Grad länger frisch. Obst und Gemüse profitieren von einem optimierten Klima. Mehr Lebensmittel zum Genießen, weniger Lebensmittelverschwendung. LED-Beleuchtung Lebensmittel im Blick behalten Die LED-Beleuchtung hilft, alles im Kühlschrank im Blick zu behalten. Die langlebigen, energiesparenden LEDs tauchen den Innenraum automatisch in ein brillantes weißes Licht. Die vollintegrierten LED-Lichtquellen sorgen für eine angenehm helle, gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Innenraums. Nie wieder etwas übersehen. Alles gut erreichbar. Bei einem gut gefüllten Kühlschrank ist es gar nicht so einfach die Sachen weiter hinten zu finden. Darum haben wir unser Easy Access Shelf entwickelt. Ziehe die Ablage aus bruchsicherem Glas einfacher raus, um schnell an alle Lebensmittel zu kommen. So findest du auch wirklich alle Zutaten, die du für deine nächste Kochsession brauchst. Mühelose Aufbewahrungslösungen Die geteilte Vary Your Shelf Glasplatte aus Sicherheitsglas lässt sich mühelos justieren und sorgt so für ein einfaches Be- und Entladen. Sie ist optimal für größere Gegenstände wie aufrecht stehende Flaschen oder Schüsseln und gibt absolute Flexibilität, wenn man mehr Platz benötigt. Die teilbare Glasablage ist einfach unterzuschieben und somit besonders praktisch. Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt. Aktiviere vor dem Einkaufen die Supercooling-Funktion, um die Temperatur im Kühlschrank für kurze Zeit zu senken, damit die frischen Einkäufer auf der richtigen Temperatur bleiben. Die Temperatur wird per Knopfdruck abgesenkt, mindestens 2 Grad. Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schaltet die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück. FreshSense Ideales Aufbewahrungsklima Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz. Speiseeiser wird z.B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgerätinnenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis. Bequeme Handhabung, perfekte Übersicht. Behälter auf Teleskopauszug oder Teleskopvollauszug gleiten leicht und sicher aus dem Gerät. Die Handhabung ist bequem und ermöglicht beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Ein komplizierter Einbau durch unlesbare Einbauanweisungen. Und hier ist was den Kunden am besten gefallen hat. Übersichtlich aufgebauter. Super viel Platz. Gut durchdacht. Frischhaltevermögen in den Gemüsefächern super. Die Kühlleistung ist sehr gut. Lässt sich komfortabel befüllen und einteilen. Der Test für das Bosch KIR 81 AF-E0 Kühlschrank ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank.